Maria Luise Beck Wir stellen vor, Maria Luise Beck, Bundestagsabgeordnete, Ex-Bundestagsabgeordnete und Gründerin der Partei, Mitbegründerin der Partei Die Grünen, die durch ihre Menschlichkeit und durch die Wichtigkeit immer betont hat, menschlich miteinander zu sein und humanistisch und auch eine große Unterstützerin der Ukraine ist. Ja, einen schönen guten Tag an Sie alle. Das ist hier ja ein kleines Volksfest. Dzień dobry, dzień dobry. Es ist ein kleiner Pferd, ein nationaler Pferd. Und so könnte es auch sein, wenn nicht dieser Krieg, der nun schon seit acht Jahren geht, noch einmal eine dramatische Reform angenommen hätte. Ich glaube, dass hier viele Ukrainerinnen und Ukrainer sind. Auch die sind willkommen und wir freuen uns über alle. Aber das Wichtige ist tatsächlich die Idee, dass hier neben dem Kanzleramt sich russischsprachige Bürgerinnen und Bürger zeigen und sie zeigen, dass sie diesen Krieg nicht wollen. Aber es ist auch sehr wichtig, dass hier neben dem Kanzleramt, das ist ein Ort, wo der Kanzler sitzt, auch russischsprachige Leute und russischsprachige Bürgerinnen und russischsprachige Bürgerinnen und sie zeigen, dass sie dieser Krieg nicht wollen. Wir haben in Deutschland seit der Krieg im Februar noch einmal eine zusätzliche Dramatik bekommen. Es waren auch vorher schon viele Ukrainerinnen und Ukrainer in Deutschland. Und in unserem Team, im Zentrum sind, glaube ich, neun oder zehn Ukrainerinnen, die mit uns arbeiten, aber auch fünf Großzinnen. Und das Verhältnis zwischen Ukrainer und Russen wird schwieriger. Wir lernen, dass in Russland vermeintlich, ich hoffe, Sie können das übersetzen, vermeintlich weite Teile der Bevölkerung diesen Krieg befürworten. Das hat sicherlich etwas damit zu tun, dass Putin dem Land verspricht, wieder groß zu werden und wieder an die Tradition des großen, mächtigen, kolonialen Imperiums anzuknüpft. Und es ist natürlich eine Gesellschaft, die seit Jahren von staatlichen oder staatlichen Medien beeinflusst wird. Und wir aus Deutschland wissen aus der eigenen Geschichte, wie ein Volk sein eigenes Denken verlieren kann, wenn die totalitäre Beeinflusung so perfekt ist. Und das, glaube ich, natürlich auch, mit einem großen Kontrollen von S.M. und S.M. und S.M. und S.M. und S.I. Und wir, die Menschen, kennen unsere Geschichte, wie solche Dinge helfen, und in einem totalitarianen Staat, und zudem ist Russland jetzt mit dem Krieg geworden, und in dem der Widerspruch damit enden kann, dass man für sieben Jahre im Gulag verschwindet, wie jetzt ein Gemeinderat, ist natürlich der Widerstand sehr schwierig und auch eher nicht zichtbar. Und in diesem Land, in diesem Land, in diesem Land, wo es vielleicht auch gedacht ist, Wir wissen also nicht wirklich, wie viele Menschen in Russland für den Krieg sind und wie viele eigentlich gegen den Krieg sind, zumal auch russische Frauen und Mütter ihre Männer und Söhne nicht verlieren wollen. Поэтому мы с точной уверенностью не можем сказать, сколько россиян действительно поддерживают эту войну. И надо учить, что тоже многие мамы и жены не хотят потерять их мужчин или сыновей. Ему сегодняшний день будет с уверенностью для русской войны очень, очень божественное уважение, если правы не могут быть правы, и если это русская война с помощью того, welchen Verbrechen seine Führung, das Militär und auch einzelne Kommandeure und Soldaten fähig gewesen sind. Und ich möchte, dass sie die Regierung, die ihre Begriffe, 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 die sie waren. Man sollte noch einmal sagen, dass es viele Menschen gibt, russische Menschen, die inzwischen das Land verlassen müssen, weil Widerstand von innen nicht mehr möglich ist und dass wir leider in Deutschland uns sehr schwer tun, ihnen die Türen zu öffnen. Oft werden sie nach sechs Monaten, müssen sie weitergehen nach Warschau, Prag oder Litauen. Und das ist sehr schlecht. Wir sollten sie mit offenen Armen hier empfangen. Und es ist schon sehr viele Menschen, die Russen, müssen sie wegnehmen, weil es schwer zu erzeugen ist. Aber nun zu den russischsprachigen Deutschen oder zu den russischsprachigen Bürgerinnen und Bürgern hier in Deutschland. Und die ihr hier seid, die sie hier sind, sie tun das, was mit Recht von Ukrainerinnen und Ukrainer auch erwartet wird. Sie sagen in Deutschland, wir wollen diesen Krieg nicht und wir wollen nicht für ihn verantwortlich gemacht werden. Und Sie sind mit Ihrem Zelt hier und mit den Informationen, diejenigen, die ganz schönungslos uns Deutschen, den Deutschen politisch verantwortlichen, sagen, dass wir nicht wegschauen dürfen, dass es Kriegsverbrechen gibt, dass es Kriegsverbrechen gegen die Menschlichkeit gibt, dass es ein Angriffskrieg ist, dass unendlich viele Menschen leiden. Und Sie sagen Ihnen hier, sie wollen, an einem Niemenschen, dass es Ihnen nicht darum geht, dass wir nicht in eine andere Seite смотреть, dass wir müssen uns in die Situation machen, die wir nicht auf die Frage schauen können, Und dass sie das tun, rettet ein bisschen die Ehre der Russinnen und Russen in Deutschland. Oder der russischsprachigen Deutschen. Leider sind sie sehr wenige, das kann man hier sehen. Und sie wissen mit Sicherheit auch, dass eigentlich die Ukrainerinnen und Ukrainer erwarten, dass hier in Deutschland, in den deutschen Städten, tatsächlich russischsprachige Bürger als Demonstranten, als machtvolle Demonstranten sichtbar wären in unseren Städten. Sie sind hier und es ist sehr gut. Sie sind nicht so viele, wie es hier möglich war. Es ist nicht so viele, die da sind. Und Sie müssen wissen, dass, insbesondere die Ukrainerinnen von Ihnen erwartet, dass Sie offenbar und konkret sagen, dass Sie nicht der Krieg sind. Und Sie müssen auch in der Kirche beobachten, die da sind. Und es ist ja auch die deutsche Politik und die deutsche Bundesregierung, die nicht das für die Ukraine tut, was die Ukraine bräuchte. Und es ist auch die deutsche Politik und die deutsche Regierung, die nicht alles, was die Ukraine braucht. Putin hat sich mit der Krim nicht zufrieden gegeben. Putin ist in den Donbass gegangen. Wir haben trotzdem mit Nord Stream 2 uns immer enger an Russland gebunden und Putin gezeigt, dass es nichts macht, ob er teile der Ukraine annektiert oder dort drückt wird. Ich wünsche mir immer noch einmal nach dem Krim. Wird auf den Donbass sind. Das ist ja alles, was Deutschland gelassen hat. Wir haben in einer Art der Krim, in einem Krim, auf Dönbass geöffnet. Wir haben in einer Art des Krim geöffnet. Das hat sich in einer Art des Krim, auf der Krim geöffnet. da in ukraine putin hat im sommer 19 20 20 21 sehr deutlich angekündigt dass er wieder die einflusssphäre des ehemaligen warschauer praktisch haben möchte das konnte jeder verantwortliche im der nutz sebe sfera влияние бывшего warschauer skala davor и это каждый здесь в западе который следил и внимательно слушал noch это увидеть seit dem frühjahr des vergangenen jahres marschieren russische truppen in belarus und in russland und natürlich auf der krim auf und das war kein spiel man konnte es wissen man lässt nicht 150.000 soldaten aufmarschieren um dann zu sagen das war nur mal zum spaß vorgoda das wissen die прошлого года более 150.000 soldat russisch marschieren und russisch in belarus und auf der grange mit ukraine und das war nicht eine spiel war es war es war очевидно dass das nicht einfach so machen wir wollten es nicht sehen und wir haben auch nicht alles getan um ein weiterer verschärfung des Krieges zu verhindern wir wir haben versäumt und da waren die usa besser als deutschland und die europäische union wir haben versäumt die ukraine militärisch so auszurüsten dass das risiko eines weiteren angriffs für putin putin unkalkulierbar wurde noch im am 27 januar von der bundestag von der bundestag von der bundestregierung gesagt wir werden keine waffen wir werden keine waffen an die ukraine liefern das ist nicht unsere rolle den weiteren fortgang kennen sie kiew konnte sich zum erstaunen des westens wehren aber putin lässt seine armee weiter kämpfen und diejenigen die ihr leben verlieren als soldaten sind die besten die die ukraine hat sie versuchen indem sie ihr leben bereit sind zu riskieren andere zu schützen Je schlechter sie ausgerüstet sind, je schlechter die Städte ausgerüstet sind mit Flugabwehrraketen, mit Schiffsabwehrraketen, mit Systemen, Intelligenten Systemen, desto mehr Menschen sterben in der Ukraine. Im Vorjahr, die Städte ausgerüstet sind, desto mehr Menschen sterben in der Ukraine. Das ist keine Haltung, auf die man stolz sein könnte. Und die Zögerlichkeit der Bundesregierung und dass sie immer zu spät und zu langsam kommt, ist bitter. Es mehren sich die Zeichen, dass in diesem Krieg, wie zum Beispiel in Mariupol und Butscha, alle Anzeichen eines Völkermords zu sehen sind? Die politischen Eliten in Russland sagen, dass es die Ukraine nicht gibt und geben soll als Staat. Die Ukraine wird das Recht einer eigenständigen Identität abgesprochen. Es findet ein systematischer Krieg gegen die Zivilbevölkerung. Es gibt massenmord, wie wir in den massengräbern sehen, Butscha und Mariupol. Und den Zivilisten wurde die Möglichkeit verwehrt, die Orte des Krieges zu verlassen. Und diese Kriterien sind die Kriterien, auf die die Völkermordkonvention passt. Und diese Kriterien sind die, die in der Definition von Genozid zu verlassen wurden. 1948 hat die Weltgemeinschaft als Reaktion auf die Verbrechen des Nationalsozialismus und den Versuch der Auslöschung des jüdischen Volkes eine Konvention zur Verhinderung von Völkermord verabschiedet. Das ist keine Konvention, die rückblickend sagt, die Shoah war ein Genozid. sondern das ist ein Auftrag, der aus der Shoah für die Zukunft festgehalten worden ist. Der Auftrag, völkermord zu verhindern und verbrechen gegen die Menschlichkeit zu verhindern, erfordert die Verpflichtung zum Schutz, die Responsibility to Protect. Ich bin der festen Überzeugung, dass eines Tages ein internationales Gericht feststellen wird, dass es in diesem Krieg Völkermord gegeben hat, so wie in Srebrenica in Bosnien. Auch in Bosnien wurde nicht der gesamte Krieg als völkermörderisch bezeichnet, sondern die ermordung der Männer von Srebrenica in Srebrenica in Bosnien. Und wenn eines Tages diese Gewissheit von einem internationalen Gericht ausgesprochen werden wird, werden sich alle fragen lassen müssen, wo sie gewesen sind, die politischen Verantwortlichen. Und warum sie nicht sehen wollten, was wir jetzt sehen können, weil wir schon sehr viel wissen. Wir stehen hier im politischen Zentrum von Berlin, Wir wissen, dass wir 1993, 94, 95 in Bosnien zu lange gewartet haben. Das war ein Versagen der politischen Verantwortlichen damals. Und ich bin mir sicher, dass alle, die jetzt politische Verantwortung tragen, mit diesem Versagen eines Tages leben müssen, als Wahrheit für ihre Zeit, in der sie anders hätten entscheiden können. Wir stehen hier in der Zeit, 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 in der Zeit kommen, und wenn diese Leute, die heute, die Leute, die heute, die Leute, die heute machen, sie müssen fragen, oder sie müssen fragen, oder sie müssen fragen, dass sie sich fragen, was sie können, was sie können, und warum sie nicht mehr machen können. Ich persönlich schäme mich dafür, für dieses Versagen, aber es ist so, derzeit, wir können nur hoffen, dass wir nicht immer noch und noch länger warten mit der Illusion, Putin könnte aus unerfindlichen Gründen ein denken. Ja, auch bei uns ist der Krieg, die wir nicht mehr sagen können. Ich persönlich schäme mich für diesen Verwalt in der deutschen Politik. Und es bleibt nur nur froh, dass wir nicht nur warten und warten, dass Putin aus irgendwelchen keinen Sinn, dass er nicht mehr auf unerwartet oder nicht mehr auf unerwartet ist. Ja, auch bei uns ist der Krieg zu spüren, es gibt Menschen, für die der Alltag schwieriger wird. Ja, auch bei uns ist der Krieg zu spüren, es gibt Menschen, für die der Alltag schwieriger wird. In diese Situation hat die Politik der vergangenen 20 Jahre uns sehenden Auges hineingeführt. Aber was sind unsere Einschränkungen gegen das, was jeden Tag an Grauen in der Ukraine sich abspielt? Was sind unsere Veränderungen oder unsere Dinge, die wir uns haben, um sich zu verabschieden zu verabschieden? Vielleicht noch ein Wort. Es gibt ja nun viele, die sagen, die Ukraine sollte ihre Waffen niederlegen, um Menschenleben zu schützen. Sie haben prominente Auftritte in unseren Talk-Shows. Das sind diejenigen, die leugnen, dass jeder Ort und jede Stadt, die eingenommen wird von den russischen Truppen, der Terror, Mord, Entführung, Deportation und Willkür bedeutet. Es ist ein unendlicher Hochmut, sich solche Urteil zu verabschieden. Es ist ein unendlicher Hochmut, sich solche Urteil zu verabschieden. Es ist ein unendlicher Hochmut, sich solche Urteil zu verabschieden und zu verabschieden. Wer so spricht, betreibt die Kampagne für Putin. Die Ukraine wissen das, deswegen sind sie auch entschieden, nicht aufzugeben. Und es liegt an uns, wie viele Opfer sie noch werden bringen müssen, bis sie tatsächlich das erreicht haben, was wir oft so vollkommen selbstverständlich sehen, nämlich die Freiheit. Die Ukraine werden von uns verabschieden. Das wird weitergehen, wie viele Menschen das betrachten. Das wird weitergehen, wie viele Menschen das betrachten. Das wird weitergehen, wie viele Menschen das betrachten, Ich bedanke mich bei ihnen. Ich hoffe, dass sie mehr werden. Es ist absolut anständig, dass sie das hier machen. Und der Anstand ist das Allerwichtigste, was wir, glaube ich, derzeit an den Tag legen können. Vielen Dank, dass Sie hier sind. Ich hoffe, dass Sie mehr werden. Es ist ein sehr guter Problem, sehr guter Problem. Und diese Wahrnehmung und diese Wahrnehmung ist das, was wir in diesem Zeitpunkt brauchen. Vielen Dank. Applaus